... ist zu einem Meter dicker Stahl gekommen, zum Beispiel sich auf die Fahrschulschichte... ... in den Treffenhäusern herrscht Überdruck, damit kein Rauch eindringen kann, alle Fluchtträger bieten höchste Sicherheit. Wir haben viel gelernt vom 11. September. Das fertige Roadtrade-Center Nummer 7 zum Beispiel ist zu 100% wenig, die große Nummer 1 bislang ist zu rund 60%. Seit über 10 Jahren, seit dem enden September, ist hier im Finanzviertel die Angst vor Terroranschlägen allgegenwärtig. Aber seit dem Wasserstrom Stanley kommt eine neue Bedrohung hinzu, die Natur. So die Keller liefen voll Wasser und selbst jetzt noch hat er im Finanzviertel über die Generatoren, weil der Strom fehlt. All dies kann uns nicht passieren, versichern die Betreiber des World Trade Centers und freuen sich auf 2013 mit Manhattan's neuer Sky. Was haben Sie in diesem Jahr am häufigsten im Netz angeklickt? Den Gangnam Style, gibt es nicht vorgegangen, oder Preiseziele? Jedes Jahr erstellt die Internetplattform Google eine sogenannte Hitliste der Klicks. Och mehr Mäuschen. Bibi. Bibi. Bibi, komm. Bis Kajo. Bibi, komm. Bibi, komm. Bibi, komm, schnell. Bibi, komm. Bibi, komm. von Dirk Wach, der im Oktober überraschend gestorben ist. Und der 2012 kommt auf Platz 3, Felix Baumgarten, der als erster Mensch der Welt im freien Fall die Scheinung.